Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, der Happy und der Super-Gamer-HD-Messe-Sicherungsdienst. Ehm, eine kurze Sache, denkt ihr euch jetzt bestimmt, warum jetzt Super-Gamer-HD? Ich hab den Namen geändert, den werde ich auch noch ändern. Und gestern, ja gestern kam mir zwei Folgen, einmal Hunger Games und einmal Sky Brauch. Und jetzt blende ich in der, das ist die zweite Folge. Geil, was? So würde ich sagen, gehen wir auf Play, diesmal getrunken, ohne Ton, da, ja... Oh, da bin ich in einer guten Runde dran. Ja, ohne Ton, da hatte ich irgendwie keine Lust zu, tut mir leid. Und ihr merkt, ich bin wieder draußen, ich hab immer noch meinen erstellten Skin. Dafür hab ich einen Tag und eine Stunde gebraucht, so lange. Den werde ich auch erstmal behalten. Falls ich mein Handy zurücksetze... Ja, ich hab mein Handy wieder zurückgesetzt, werde ich den auf mein Tablet abspeichern, dass ich ihn immer noch habe. Weil der ist so... nice. Ja, Entschuldigung, weil es so laut ist. Oh ja, die Abbrustplatte ist gesnieselt, das ist gesnieselt. Da ist gesnieselt, das ist gesnieselt. Und dann würde ich sagen, ziehen wir uns schon mal hart an. Oh! Junge! Scheiße! Scheiße! Wo ist mein Schwert? Ja, nehm ich die Idea-Axt. Bisschen... Oh! In die Kommentare könnt ihr gerne immer reinstellen, was ich als nächstes machen soll. Scheiße, 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 scheiße. Oh, das ist schon Marmelade. Nein! Oh nein, jetzt glaube ich schon mal doch Packerchen im Glauben drin. Wie hat der mich gekrie... Wie hat dieser... Boah, ich kann mich dazu nur aufregen. Ey, das ist doch ein Hacker gewesen. Da war doch ein Hacker am Gange. Da war auf jeden Fall... Oh, heisst. Oh, vom Potato! Oh, Flea, bitte. Diese Schnee-Runde, die hatte ich. Oh, Mann. Dieses... Oh, One. Das fliegt... Oh, Mann. Jetzt komme... Ich will... Ich will... Zack den Fiet... Oh, Mann. Jetzt kommt... Oh... Ja... Du kannst... Bravo! Ey... Mann, jetzt runde, runde... Ja, Mann. Das ist eine neue... Das ist eine neue Runde erstmal so. Also, die habe ich noch gar nicht mal angezockt. Ja, habe ich was zu sagen. Ja, heute kommt... Wahrscheinlich kommt heute auch noch eine weitere... Eine... Der dritte... Die dritte Folge Hunger Games. Das ist ja erst jetzt die... Zweite Folge... Ähm... Skywars. Und ihr seht, ich habe diese... Topnades... Immer von meinen Videos... Jetzt reingedarnert... Oh, sofort ein Diaschwert... Reingeknallt... Und ja, ich werde es zu einem extra Video auch erklären... Die... Anfänger... Äh... Jawohl... Wie ein Diaschwert brauche ich aber tatsächlich nicht... Ähm... Wie man ein... Topnade einfügt... Das werde ich auch nochmal... Ja, genau... Auslernen... Sofort... Die... 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 So, dann bin ich wieder... Dann würde ich sagen... Erstmal Holz bearbeiten... Ja, da wurdest du ein Video machen... Und... Ja... Da werde ich ein extra Video aber dazu machen... Wie man ein Topnade einfügt... Nein... Oh, warum habe ich kein Internet... Sorry... Ich muss einen kleinen Cup machen... Bis gleich... Moin Leute... Da bin ich wieder... Ich höre... Sehr kurz kein Internet... Hab wieder Internet... Und bin sofort... Habe ich gedacht... Oh... Noch nicht sofort... Setzen... Erst in eine Runde... Jetzt bin ich eine Runde... Das ist eine neue Map... Schön... Lass ich ein bisschen... Leise Rede... Und ja... Wo war ich... Wo war ich nochmal... Ähm... Ich habe jemanden... Tappen jetzt... Ähm... Einfügt... Zum extra Video... Oh... Ey... Junge... Manchmal gibt es diese Bugs... Da hat man... Kaum Stücke... Oh... Mein Gott... Ey... Ich bin ja wieder... Ähm... Einfügen... Vielleicht schon... Vielleicht auch nicht... Wer weiß es nicht... Aber ich habe kaum Holz... Das ist eine... Eine... Huuu... 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 Mh. Mh... Und jetzt Und ja, hat sich irgendetwaschen noch versnäselt. Superdata Sprung, yeah, wuuuuh. Okay. Ja, auf jeden Fall jetzt mal gucken, vielleicht schaffe ich das in Getaub nicht. Das müssen wir auch wieder bearbeiten. Meine Klassen, eine feine Gruppe hat mir geschrieben. Genau, in der Aufnahme. Wie ich das hasse... Oh, habe ich den Entsprung gut gesnieselt. Ja, habe ich leider schon. Aber eine bessere Diaplatte... Äh, Diaplatte, äh, eine bessere Platte. Was ist mir jetzt hier, das blöd Kölner... Geh, wenn halt gut geht nachgedacht. Oh, ja, 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 ja. Wie voll gut nachgedacht. Und zehn Minuten... nach der Runde Nein, der... Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Daumen hoch, fühl mich auf und like. Schreibt gerne in den Kommentaren, was ich für heute... ...und dann würde ich sagen... Tschüss Tchaikovsky, ciao, ciao!